schon oberkörper frei genau für das so leute jetzt geht die aufnahme und herzlich willkommen wollen die musste auch zwei normalen erste aufnahme micro war aus hatte keine lust auf mich also heute haben wir zwei special Gäste dabei einmal lieben mich ja was für special Gäste ok einfach hallo und den lieben speedrunner guten tag müssen wir uns immer vorstellen Meister sag uns einfach hallo ja das macht keiner doch hey jemanden wahrscheinlich die ganzen die ganzen Schmutz wie Trimax und so ich auch nicht ja genau wollte ich gerade sagen du guckst doch so jemand nennt jemand nennt sich Twitch.cz warum bist denn dann so frech weil du in Trimax guckst weil der Trimax ein HS ist ich gucke ihn nicht mal ab ich glaube das ist übelst ich glaube das ist meistens eher Show was er alles da drehe hat ich würde sich wahrscheinlich einfach dumm darstellen das ist ein dumm darstellen das ist ein dumm darstellen das hat viele Empfänger und so gell in echt scheint mir auch so gut zu gehen wenn er so viel Kohle kriegt von Twitch ja ich schau's deine Follower Zahl an hat er aber alles mit Monde bekommen Alter weil er damals mit Monde Fortnite gezockt hat dachte ich mir schon fast ja ich verfolge den auch nicht aktiv bin ich ehrlich naja das ist ein Schmutz Gamer das habe ich damals auch bei ihnen ins Film reingeschrieben wenn ich gucke ist auch ich gucke Monde auch extrem selten wenn ich gucke ist regelmäßig Paluten und sonst gucke ich von den großen gar keinen also unsere Partie Lisa leisen nö auch Paluten naja geht der ist nicht mehr mein Lieblingsfavorite Monde geht Monde ist mein Pro also mit dem habe ich schon so selten also Monde habe ich sein letztes Video mit Lambo gesehen der ist momentan auch sehr viel mit seinen AMG unterwegs ja aber das letzte Video war vor ein paar Wochen oder ein paar Tage naja Freunde ich wollte euch das Spiel erklären hast du ja noch nicht gemacht haha sehr wie oh ey du mal überlebt ne ich hasse dich ich bin da auf die Tasse du bist abgemurkst worden oder was ne aber hier der überlebte hat den Generatoren eingelassen ah ja gehen wir weiter was sagen schlimm na doch das Problem doch das hat der Klan und der Glocken und der dann zu den Generatoren halt ja ich bin gleich wieder da äh ich muss kurz mit dem Kollegen sprechen tschüss ja das ist der wo ausgeraubt ist oder oder bei ihm und so ssss 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 discord ähhhhhhhhh ähhh 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 woah holten das jetzt hier schon wieder her ahhhhhhhhhhhhh hnnn kip hinn in meiner ld kaputt oder was ich musste noch einschalten ja ja die alle weil sie sich beschwert hat wieder wegen dem ticket der muss das regelwerk auch noch bestätigen das ist egal ich spreche hier alleine mit ihnen geht dann mit ihnen herunter ok wo könnt ihr rein ja ich habe gedacht ich habe meine eigene privat channel ach so einmal zu früh gefreut was ein privat channel ja ich habe mir da du hast meinen eingerichtet weil ich letztens schon danach gefragt habe wenn ich mich mal zurückziehen möchte oder so weißt muss ich gucken kannst du in live 2 gehen zur not aber der drunter kommen oder so gell ok ich würde irgendwas besprechen was eigentlich nix hat niemand was angeht so ok warum machst du es dann nicht privat er hat mir doch nach dem channeling gefragt ach so ok ich bin jetzt eh fertig mit meiner tour kopf 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 Wollt ihr alle verrecken oder was? Nein, ich gucke es nicht. Habe ich gefressen. Oben im Warteraum. Alle können nicht reden. Aber in der Lounge, oder? Nein, da ist ein Schloss vor, da kannst du auch nicht reden. Ja, ich kann den jetzt mal ziehen. Kannst du den ziehen, Hunde, in Live 2 oder so? Ja, kann ich. Er würde es zumindest mal machen, weil er wartet, er hat ja nicht so viel Zeit, deswegen muss morgen wieder arbeiten. Haben runtergeschoben. Dankeschön. Micha, eine Frage. Jetzt ist es mir eingefallen. Du musst dich fragen, eine Frage zu stellen. Aber da. Warte mal kurz. Du musst kurz gewinnen. Darf ich einen Schnuller haben von dir? Sehr lustig. Ich habe den Kloops genommen. Oh ja. Hast du mal hier einen Clip gemacht? Was tut mir aber leid, Klo. Chie, chie. Okay, kann auch nicht schmied, chie, chie. Also Freunde, ihr habt es gesehen. Man hat vier überlebt und ein Klo. Fünf Generatoren. Chie, chie. Ich habe geschrieben, bin ich besser als du. So, also man muss die fünf Generatoren fertig machen. Falls einer übrig bleibt und alle sterben, außer ich. Oder andere halt. Die können dann zur Luke gehen. Und wenn der Kriller die Luke findet. Und ihn kaputt, also zu macht. An so einen oben, so einen, so einen Rand. Äh. Also wie ich es gesehen habe. Wenn man das nicht schafft, dann wird man von automatisch dann selber sterben. Finde ich auch blöd von der, bei der leid, dass wir es reingemacht haben. Aber egal. Ich hatte ja so einen Schlüssel dabei. Ich habe immer einen Schlüssel dabei. Und ja. Da konnte ich dann über so, ähm, Dings runterracken. Wie ihr gesehen habt. Aber ich konnte echt gut retten vor dem Killer. Den habe ich echt Hops genommen. Man muss hier Aufgaben machen. Oder kann man, muss man nicht. Freiwillig. Naja. Fangen. Wir fangen noch einen. Letzten. Warte. Micha eins oder zwei? Zwei. Boah. Kann ich immer noch bleiben. Okay. Welchen Charakter? Eins oder? Warte. Warte. Zwei. Zwei. Äh. Also eins bis zu vier. Äh. Fehler. Ach. Warte. Ich kann kein Geld mehr. Hilfe. Ich bin zu mir jetzt gerade. Äh. Welche Zahl würdest du nehmen? Eins oder die vier? Also eins. Zwei. Ich habe nur gesagt. Zwei. Also bleibst du bei der Zwei. Für Charakter. Mh. Oh ne. Mh. Mh. Lecker. Es. Arrm. Aber kein Problem für den King. Einmal hier. Ne. Das entferne ich. Ja. Mh. Der Killer ist meist auch nicht so clever wie ich. Äh. Psh. 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 Plotet Moral. Wo ist denn die Cloudet Moral? also warte ich brauche halt das ist bei der 7 zurückgelassen sieben leckt halt ein bisschen sorry freunde und jetzt brauchen wir muss heruntersetzen die settings das ist nur wenn ich was einfüge was suche ich heilung selbst vorstürke vorsorge bin ich los lasst aber ich glaube nicht dass der typ ausgeobt wurde man kann es glauben und auch nicht wo ist er halt in die heilung nicht alter zur freunde war ein paar runde 2 an mal gucken ob mein klassenkamerad geschrieben hat hoffentlich mich hat immer noch nicht mein foto sehen auch soll ich bin am fahren ach so weißt du doch eigentlich die stran geändert doch tatsächlich nicht meine wenn ihr wollt dass ich mit micha spiele lasst wie viel like sollen die leute geben mir doch egal ich hätte jetzt mit zehn angesetzt ok dann machen wir jetzt also wenn wir zehn likes schaffen dann muss ich mit micha spielen warum muss können annehmen können also wenn ihr zehn likes da lässt dann müssen ne warte dann spielen wir was zusammen sagt einfach so wir müssen das ja nicht machen ja vielleicht stattdessen vielleicht um sie ne geht denn ich hab kein bps eigentor geschossen entweder das hat es fängt wie fort nein äh was haben wir noch für games äh eurotrack ets ja hts da fahr ich natürlich mit meinem lenkrad kupplung mit fernstück aus da kommt ich hab noch ein halloween event da kann man auch noch zusammen fahren so ist es nicht ja ja wir fangen nichts drunter an also zehn likes können micha und ich spielen da machen wir uns da machen wir uns einen termin aus wann wie wo wann und sich das faktor jetzt doch gut an wo ja auch mit dann eine neue 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 ja ich kann ja helfen da mit dem aktuellen spielstand ja also ich muss wirklich die uhr verlegt ihr wollt nicht sehen ich habe noch blende da mal ich aussieht dies nicht ausstrahl mich hat es schon gesehen über bildschirm abnehmen strehend gesehen oder ins stream hat das ist so unterschiedlich ja merke ich jetzt aber wie trifft die denn die alte hexe das ist doch wort dass die alte hexe oh oh mike hat den bäuchen ne schluck auf ist der killer los der ist zweimal haben wir vorbeigelaufen jetzt dreimal also vorbeigelatscht vorbeigelaufen dafür keine jugend wird nehmen es war kein jugend wo das war sechstisch oder sechst worauf stehst du ja ey sehr witzig das ist nur der dialekt ich weiß vielleicht treffen wir mich auch vielleicht vielleicht wer weiß es liegt an dir warum immer nur an mir ja an mir liegt es nicht hallo ich war lieb gewesen also fast immer naja naja über einen tag reicht mir nicht aus meister müssen wir wissen es war zweiter reicht mir auch nicht aus heute ist dann der dritte der vierte glaubt dritter tag oder ich zähle die tage jetzt nicht glaubt oder ja ich zähle auch mit he 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 nochmal im auch wird noch da auf das da nicht du bist du Ah! RONNIE! Hast du den Sandbot? Was hab ich? Den RONNIE! Kannst du das gleich mal abspielen für mich? Kann ich nicht mehr, glaube ich. Vielleicht das Level nicht für, glaube ich, aus. Ja. Ja, warum wohl? Was? Also, bye-bye, Freunde. Sorry, falls ich wieder gestimmt war, Mikrofon. Ich hasse dich dafür. Also, ich bin gestorben. Ich hab mich ja süßer genannt. Und die anderen müssen halt jetzt voll leben. Bye-bye! Und Adi! Vergiss nicht, die 10 Likes da zu lassen, Freunde. Tschüss! 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 Tschüss!